UF Wien und der Verein Wirtschaft für Integration präsentieren Wiener Mut – Vielfalt findet statt Es braucht Mut. Wir suchen Menschen, die weltweit denken und sich über Grenzen hinweg wissenschaftlich vernetzen. Engagieren Sie sich in internationalen Projekten? Fördern Sie den Austausch von Studierenden und Lehrenden? Oder publizieren Sie mehrsprachig? Dann bewerben Sie sich! Alle Infos auf www.wienermut.at